Prozent Heiho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Starboard mit dem Jonas von Showcasep Hallo Jo, ich bin grad in irgendeiner Höhle Ich weiß nicht was ich hier unten mache Ne, natürlich weiß ich, ich bin ja nicht so verplant wie du Naja Ich weiß, dass ich hier keinen Kupfer finde Hopp, ich seh grad Oh Gott, hab ich dir die Höhle unter Wasser gesetzt Ja, das läuft bei dir Ja, das ist doch ganz schön Da machen nur die harten Boys Lol, aber ich finde das so geil, dass jetzt oben das ganze Wasser abfließt Und das jetzt alles da runterläuft Und unten kürzt sich jetzt Das Wasser läuft runter irgendwo? Nein, aber oben, das Ding ist jetzt leer Das Becken und das untere hat sich jetzt gefüllt Hör mal, meinst du gerade Wasser, es wäre flüssig? Nein Ne, echt nicht? Nein, ich weiß, was du meinst Für sich ist hier von singen Oh, lol, ich hab ein Apple Pie gefunden So, jetzt leite ich grad das Wasser da Ich hab Kuchen gefunden Warte mal, das ist irgendein komischer Fisch mit ner Lampe Lol What, alter, was ist das für ein Fisch? Es gibt den Fisch, der sieht aus wie ein Penis Ja, ja, kenn ich den Was ich schon mal gesagt haben Ne, jetzt mal ohne Scheiße, der Fisch hat irgendwie ne komische Lampe und eine lange Zähne Ich kenn den aus irgendeinem Film, kenn ich den Findet Nemo, der ist auch so ein Neonscheiß Ja, genau der Der trifft doch auch so einen Laternen Fisch, der so gut ist Ja, genau so ein Fisch ist das Oh, ich seh grad, ich bin fast tot Oh, warum, warum schwimmt der im, äh, warum schwimmt der in der Luft? Der kann's halt Was ist das für ein Fisch, alter? Das ist ein Luftschiff, äh, Schiff, ich Naja, ich find das so, so geil, dass die Wasserbecken hier ablaufen und dann umfüllen und so Das ist lustig Janik auf der Toilette, Teil 1 So geil Wasser läuft ab Es läuft, Baba, es läuft Endlich Jawoll Jawoll Baba Läuft bei mir Perfekt Lüpfen wir mal kurz hier hoch Darum ist ganz viel Kohl Gucken mal Darum ist ganz viel Kohl Man, ich möchte jetzt mal ein einhändiges Schwärzen und baue ich mir gleich ein Oh, lol, das ist ein Schneemann Schneemann Lol, ich hab gar nicht Schneemann Ich bin ein Elefant Lol Perfekt Janik, hättest du Interesse an meinem Oh, man kann die werfen? Ja An meinem, äh, meiner komischen Mütze da mit Ohren Nö Okay Was hast du denn jetzt für eine Mütze? Ja, ich, siehst du gleich Ja, ich komm mal auf Ja, am Kleidungsstücke gibt's sogar ein Tütü Ja, ich hab, äh, rosa Tütü Ja, es gibt ein rosa Tütü Tütü project Ein Tütü? Möchte ein Tütü? Ähm Da vorne ist ein Fettsack Du rennst nach links, ne? Ja Ne, ich renne nach rechts Echt jetzt? Ja Na, ich auch Dann loote ich alles, was du geloote bist Dann warst du in den ganzen Höhlen schon Was? Ja, ja, nee, nee Höhle Ja, ja, nee, nee Äh, in Höhlen geh ich nicht rein Dann geh ich jetzt Dann mach ich die Höhlen-Tour Ja Die ist auch eh schon hier unten Nee Da unten ist pinkes Wasser Ja, ich weiß Das ist, äh, ganz normal Hier, so Das ist hier ganz normal Ja Okay Nee, ich dachte vielleicht, wer das irgendeine Art Sprit oder sowas Spritz? Ach, Sprit Ich hab Spritz verstanden Spritzstuhl W- 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 Nein Warte mal, welcher Spritzstuhl ist bitte schön pink? Lila Äh, pink Wie komm ich auf pink? Ist vorher Eiersalat gegessen Eiersalat? Ja Leute, was ist das denn hier? Ich hab so ein komisches Labor gefunden Da ist ein Pixel drin Ja, warum nicht? So langsam hab ich hier, glaub ich, den Dreh raus Den Dreh Ja, die Taschenlampe hier Geht der nicht irgendwann mal leer? Nee, nee Nee, nee Nee, nee Ich muss mir das in der Nähe abgewöhnen Und scheiße, ich hab damit jetzt einmal angefangen Das ist, äh, grausam Der müsste in unseren GTA-Sessions dabei sein Nee, nee Ja, wir haben uns jetzt letztens alle zusammen, äh, GTA-San Andreas geholt Aber Multiplayer dann Ja, Multiplayer, Add-on, Mod, was auch immer Weil, da ich ja nur PC hab und dementsprechend mir kein GTA 5 holen kann Ah Ja, ob das für ein PC rauskommt? Nee, das kommt ja raus Das ist aber noch nicht fest Nee, aber das ist sehr hohe Wahrscheinlichkeit, sehr hohe Ja, ja, vor allem, wie viel Geld die da auch wieder durchmachen würden Vielleicht um, wenn die es nicht machen würden Außerdem haben die, äh, anderen GTA-Teile teilweise auch so lange gebraucht Bisse, scheiße Und es ist jetzt gerade Nacht, ne? Ohne Kack, nimm deine Taschenlampe in die Hand Das Licht, also es sieht so geil aus, einfach Weiß ich Ich weiß es Ich glaube, ich beam mich mal hoch Vor allem, wenn du an so Alter, kann das Teil furzen und das explodiert oder so? Nein, in der Nacht erfrieren wir hier Echt? Ja, aber wenn du, äh, frierst, kannst du dich, äh, an eine Fackel stellen Äh, und, ach ja, und wenn du schläfst irgendwo, ne? Wie kann man denn schlafen? Dann regenerierst du dich Es gibt ja Betten und sowas Ja Äh, und ich hab mir etwas gefunden Äh, wenn du dich ins Bett legst, regenerierst du dich halt Und ich hab hier gerade ein cooles Bett für dich gefunden Gott, ich ziehe das Scheiß wieder nicht mehr Na egal, das ist irgendwo im Wasser Aua Oh Gott, macht der Schaden Oh Gott Warum sind da so viele Scheißviecher? Nice Geil, der hat ein Schwert getroppt Okay, ich port mich dann Soll ich mich hochporten? Ich port mich jetzt halt auch Ich port mich gerade mal hoch Okay, ich port mich auch Dann jetzt sind die Viecher So Meine Pilze Ich stehe lieber noch da Was macht der eigentlich? Leute, ich hab einen Kuchen gegessen, jetzt bin ich sowas von schnell Bin ich immer so schnell? Ah, ne, hier Ich fülle mal gerade wieder Kohle nach, ne? Alter, voll die krasse Regen Ja, mach das Ich hab jetzt wieder 62, das reicht für den Rückflug Das reicht locker easy Äh, ich hab auch wieder Eisen, bla, äh, Eisen Sorry, jetzt schmelz ich mir dann aber selber Ja, ja, klar Ich hab auch wieder 33 Kupfer Klappt das? Jetzt hab ich über 60 Kupfer Nee, knapp Wie geil Was denn? Aber das ist nicht mittig Du kannst mich ja gleich mal besuchen, komm Ja, mach ich Ich, äh Mach aber gerade noch mal meinen eigenen Stuff hier grad fertig So, perfekt Wurde es jetzt ein bisschen dunkel da? Hat mir nicht mehr einstut Das ist ein bisschen Spandagencraften So, Ofen, äh, genau, ist fertig? Ne Das ist voll das bunte Hippiehaus hier Warum, äh, brennst du denn nicht? So viele Farben Äh, ja komm dann, äh Warum, äh, irgendwie will eine von meinen Eisendingern hier grad nicht mehr brennen? Eine von meinen eigenen Äh, ja, du brauchst immer drei, glaub ich Achso, okay Ähm, dann nehmen wir jetzt mal das hier Da Blub Glück war doch gar nicht viel Zeug drin Leute können wir eigentlich so machen So, jetzt hab ich wieder an Ja Jetzt hab ich sieben dreißig Kupfer Und sechs Eisen Und Achso, Gold hab ich jetzt hier auch noch Nee Dann baue ich hier oben einfach das hier hin Oder warum bräuchten wir zwei Ups, äh, das ist verkackt Hm Ah, ich hab gerade Goldbarren gebrannt Warum verbrennst du sie? Weil es Spaß macht Alter Äh Jetzt könnte man das auch falsch verstehen So, warum verbrennst du sie? Weil es Spaß macht Alter Äh, mein Fleisch Wie Ah, nee, gar nicht mehr Das mach ich ja im Lagerfeuer Ich mach nicht so ein Lagerfeuer an In deinem Raumschiff Ja Läuft bei dir Nee, ich hab ja kein Lagerfeuer dabei Oh Ähm Ey Muss mal gleich, ich will unbedingt Das rufen kommen Okay, meine Truhe da ist voll Dieser Shiplocker da Das ist doch eigentlich auch nur eine Truhe, oder? Ja Ja? Okay Dann tue ich da noch meinen restlichen Stuff rein So, jetzt hab ich genug Äh, Bandagen Schwert Äh, ich komm mal zu dir Hm Nice Lol Wie machst denn du das? Ich hab ja vor ein paar Sachen gebaut Ey, setz dich mal in den Stuhl Mit E Wie zur Hölle kommst du Äh, jetzt hier wieder runter? Äh, du musst einfach runter und der Taste Hä, aber Die Teile Aber was ist das für ein komischer Boden? Der Boden hier, wie ich, kann ich dir grad geben Das ist hier das Kannst du einfach aus Holz craften Ah, okay Dann beam ich mich grad mal zu mir Alter, ich kenn mich hier so einfach nicht aus Aber das ist ja wie es immer ist So, Holz, äh, Holz hab ich abgelegt Können wir einfach den ganzen Stuff rein Mein 700 Holz hab ich abgelegt Nice So, 10 Holzplatten Ich komm mal, komm mal Ähm Ich bau mir das jetzt hier grad auch mal so Äh, so ein Kleinerer Plattform Jetzt hab ich 34 von diesen Holzplatten da 4 und 30 Die sehen aber bei mir eher aus wie so ein komischer Weißer Block Ist er Block? Weißer Block ist das Ah ne, aber wenn ich ihn setze, dann ist er ganz normal Ah, okay, ich hab's gerafft Ah, gut Das ist gut Ups Alter, ich kann nicht bauen Ich komm damit nicht klar Ich kann nicht bauen Ja, ich kann auch nicht bauen Ich verrutsche da irgendwie immer in der Zeile So Warte mal, das brauchen wir zum Healen Das ist auch irgendwelcher random Stuff Das Schild können wir wieder noch nicht benutzen Ja, aber warte mal, dann baue ich mir gerade Das hier gehört dem Yannick gleich Ist doch, Fire Camp crafte ich mir gerade Boi, Camp Ich stell mir das jetzt einfach oben auf den Boden Damit ich da oben mein Fleisch brennen kann Und das geht ja nicht im Ofen anscheinend Ne, ne, das geht nicht im Ofen, das musst du im Camp machen So, baue ich mir grad irgendwie so schön einen Ofen irgendwie hin Warte mal, ich hab das doch auch in den Ofen gesteckt Warte mal, komm, dann muss ich mir Was? Ich hab grad mein Fleisch auch in den Ofen gesteckt So, jetzt hab ich hier ein schönes Lagerfeuer Was brauche ich dafür? Fackeln und Holz Äh, komm, dann baue ich auch hier gerade einen Ofen ab Quest complete Ofen abgebaut Ja, du musst den Ofen in der Hand halten Achso, ja, den hast du ja hier hingesetzt Ja, ja Ja, ja, okay Ne, ne Ne Ja, das nervt so Warum kann ich hier oben eigentlich gar keinen Ofen hinsetzen? Schulz Ach, doch, jetzt geht's Warte, Schulz Schulz Ich mach Holz Schulz Achso Schulz Warte mal, ich hab's doch grad echt verkackt Einmal schnell Holz gefarmt Bitte verzeiht Äh, die Zeit müsstest du gleich rum sagen Ne, ne, wir haben noch vier Minuten Ne, ne Lass das Was ist das? Lass das, ich hast das Meine Mutter will das nicht Wie baut man sich denn mal Stühle? Stühle, äh Oh mein Gott Baut man sich denn Stühle? Stühle, die müssten da auch einfach sein Einfach aus, ähm, Dings Holz auch Ne Ne, ne, ne Doch, doch Ne, da ist nicht Doch, doch Hier sind keine Stühle Ja Hier sind keine Stühle Stühle? Stühle Stühle? Ne, sag mal, wo hast du die denn gebaut? Auch in C? Ich hab ja eben von den... Achso, hast du jetzt ein Bett schon? Ja. Weil, guck mal hier, das hab ich auch... Da kannst du dich reinlegen. Super, das geht sogar zu. Wie dreht man denn hier die Stühle? Je nachdem, in welche Richtung du gehst. Geh mal vorwärts. Äh, rückwärts jetzt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Kommen wir nochmal hier hin. Ja, guck, wenn du rückwärts gehst, gehst du nach vorwärts. Also so halt. Und guck dir mal meinen Hut an, übrigens. Tschüss, was machst du da drin? Hallo, hallo. Wie die Pilze hier einfach noch stehen. Guck mal, wie ich jetzt da stehe. Ey, warte mal, wenn du das komplette Bild jetzt so ansiehst, das sieht aus wie so ein Wald. Hier wachsen Pilze, so ein Zelt, so ein Lagerfeuer. Warte mal, warte mal, warte mal. Keep attention. Lagerfeuerlied. Ich hab mal so ein Stück Fleisch in der Hand, Alter. Ich hab jetzt aber eh schon ein Bett. Warte, baue ich das jetzt grad ab. Das nehm ich einfach mit, da kommt mir das Aufschlagen unten. Ups. Müssen wir auch schon wieder bei uns. Ich hab jetzt rum sein. Ja, ja. Ne, 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 ne. Eine Minute noch hier. Da ziehen wir jetzt durch. Naja, ich hab ja was gesagt. Äh, mach ich für zu. Äppet, äpete, äpete. Äpete, äpete, äpete. Äpete, äpete, äpete. Du bist weg. Äpete, äpete, äpete. Äm, kann man, geht das jetzt so oder? Ich jetzt, cool. Sieht nett aus. So, jetzt habe ich hier ein Bett, unten dann nochmal eine Truhe, hier sehen wir an den beiden Pilze. So, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall. Das Campfire, das tue ich jetzt, kommt da hoch, vor das Bett, ne, guck mal. Ach, Alter, ich bau da immer noch direkt noch den anderen Scheiß da noch mit ab. Gibt's ja nicht. Alter, ich bin dumm. Ich habe voll das geile Schwert. So. Das zeige ich dir noch und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Warte, guck's dir an. Oha. Voll geil. Ich habe nur das doch. Du kleiner Dolch. Ah, da könntest du hier noch. Egal, das machen wir nächste Folge. Ähm, ja, das war's auch schon wieder für die Kurze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall, warte, das muss ich auch noch zeigen, wenn du zum Beispiel so machst. Scheiße, wie ging das nochmal? Ach, keine Ahnung. Egal, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist auf jeden Fall eine Wertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.